servus freunde hier ist die box endlich von jesus mit wolke 7 heute gibt es das erste unboxing video von mir für euch ich hoffe es gefällt euch und ja ich würde sagen wir fangen einfach mal an mache ich die box einfach mal auf für euch erstmal die folie auf jeden fall eine mega box geworden meiner meinung nach ja gucken wir mal was drin ist so erstmal natürlich wie in jeder box dieses mit der sturm maske dann noch 187 sticker noch mal eins von jesus wolke 7 ja das legen wir erstmal zur seite das hier macht man glaube ich aufs auto hinten drauf ich weiß es jetzt nicht genau aber ich denke mal schon und hier ist auf jeden fall das poster schonmal natürlich mit jesus wolke 7 auf jeden fall ein top poster meiner meinung nach dann geht es weiter legen wir die box mal zur seite erstmal die beiden alben oder eher gesagt das album da ist das gute stück oder waren das die instrumentals ja hier ist auf jeden fall das album oder eher gesagt hier ja mach ich mal kurz auf wenn das hier mal klappen würde so genau das ist die bonus ip mit fünf tracks drauf ja ich zeige euch das mal hier so ja sieht man glaube ich hier ein bisschen ja das ist auf jeden fall die bonus ip hier haben wir noch eine dvd die packe ich jetzt nicht extra aus so sieht die dvd auf jeden fall aus und hier ist das album das mache ich natürlich mal auf für euch da ist das gute stück so sieht das aus so von hinten 13 tracks und drauf auf jeden fall 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 sehr nice aus die cd so sieht die aus da ist ja auch noch mal der gute mann ja dann würde ich mal sagen mache ich mal die anderen Sachen weiter für euch hier ist auf jeden fall die sturm maske dazu wird später auch ein bild auf meiner instagram seite gehen wenn ihr das sehen wollt x philipp binde strich nach unten da findet ihr das dann so sieht die auf jeden fall aus sehr nice sehr hochwertig verarbeitet auf jeden fall zur seite dann haben wir hier noch eine die instrumentals genau hier sind die instrumentals und hier ist das legendäre t shirt das sieht auf jeden fall krass aus unnormal einfach einfach richtig gut hochwertig verarbeitet auf jeden fall so sieht das aus auf jeden fall auf jeden fall sehr gute qualität und ja support und den jungen kauft euch wolke 7 ab heute überall hält erhält und ja wenn es euch gefallen hat lasst mir auf jeden fall ein daumen nach oben da wenn ihr für mehr seid auch ein daumen nach oben und ja verbreitet das video wie gesagt nachher auf meiner instagram seite x philipp binde strich nach unten könnt ihr das bild sehen mit der sturm maske und dem t shirt und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen tag